Wir haben ein Gleichzeitmodell. Der Mitarbeiter kann damit selbst entscheiden, wann er ungefähr kommen will und gehen will. Das wird sehr flexibel gehandhabt. I arrived between 8.30 or 9 o'clock in the morning and I basically do a round of saying good morning, to be honest. And then I arrived to my office, I looked through emails and the good thing about my job is that it's quite diverse in the tasks that I'm assigned. Also ich arbeite in einem Großraumbüro und da sind ca. 20 Leute drinnen. Und mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich ein Großteil meiner Zeit im Produktionsbereich bin und auch in Meetings bin. Jeder hat einen Laptop, ein Handy. Durch die Reisetätigkeit, die auch natürlich die Projekte teilweise mit sich bringt. Braucht man das? Wenn man was braucht, dann fordert man es an. The benefits of working for a global company like Herbiger are the fact that you have access to other professionals who know the business very well and know the people within the business very well and of course also the fact that you learn to work with other cultures which is so important for us as employees working here. Für mich persönlich sind die Benefits eben die Weiterbildung und dann eben auch die zeitliche Flexibilität, die die Firma da einräumt.